Musik Da macht der Gunnar Sawatzky, der Konstrukteur aus Römsen. Ich denke, da ist der Vergleich sowieso auch spannend, denn die ... Nein, warte mal! Die festen, festen? Ja. Aber wer feste Feiern kann, der macht den Arschlaufen am Apermort. Ja, so zugeheissen. Wer rausgehen kann oder ein bisschen rutschlaufen kann, der muss auch abstimmen. Das ist natürlich nicht sicher, dass ich es natürlich nicht machen kann. Aber so das meiste bekomme ich schon mit. Und jetzt in der Wettbewerb haben wir gesagt, herzlich willkommen. Alle hier waren zum Teil 2, zum Teil der Opa-Lau, alle Kollegen von der Liederkasse, alle Wettbewerbs-Sportfreunde, alle unten im Baderlader, der entgegenen Schlauern, die Hälfte, alles was heute hier möchte. ... ... Jéisbenks Pod funder, ... Ja, Ja. Ja! Auf Wiedersehen. Norddeutscher Rundfunk So, im Augenblick, die hat zweimal schon Klassensieger gewiesen, die Waffel in dieser Saison bei 1,4 Litern, nämlich im Auftakt am Schomburg und an dem Preis führt das legendäre Schomburg und dann einfach in der Schlaf in Luxemburg. Ansonsten eine austreine Bilanz von Lauter, zwei Tintrinsen für Thomas Kohler, 2 Minuten 10, 270, 270, 270 für Thomas Kohler und unterwegs ist John Armin Eppel, im VW, wenn ich Berge am Schickloch, der 6.10 gestartet, er wird mit der VW, 2.10, 2.10, hier ist der 1.11, der von den 16.00 und unterwegs ist Armin Eppel, der amtierende deutsche Automobilbergmeister aus dem Jahre 2008. Und in der 18.11, während wir im VW, ein Team mit Hansi Eller, Hansi Eller, wird mit der Kombin in der Zwitterklasse auf dem VW, ein Bergerker-Coverno, er öffnet die Auto von Markus Rhein und Hansi, der an Fürth, als es das jetzt schon der Autos müssen, dass wir hier mal verschaffen haben. Das ist ein Schuss, das ist ein Schuss, das ist ein Schuss. Wir sind in der Nähe von Baden-Württemberg. Ich liebe dich.